Was zeichnest du? Ich richte Lisas neue Wohnung ein. Bist du Architekt? Ja. Bist du nicht? Stimmt bin ich nicht. Was bist du denn? Eine Lügnerin. Und du heißt? Lisa. Gute Nachbarschaft, Lisa. Und du bist? Meine Mitbewohnerin. Wir ziehen zusammen ein. Nein, nur ich. Es ist gerade, dass nicht du einsiehst. Wir hätten bestimmt nicht Spaß. Die letzte Nacht hatte ich einen Traum. Du hast mich angeschaut. Du hast versucht zu lächeln. Und du hattest Tränen, aber... ...nicht gegangen. ... 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